Ich muss mal kurz das Mikro weglegen. Ich habe hier mein Frühstücksei und lese gerade, dass Mutter ihres Kleinen gar nicht so klein ist. Mein Frühstücksei. Lecker, 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 lecker. Ja, sie will nämlich, der Grund, warum sie sich gestritten haben, ist, dass Daniela nicht bei der Beerdigung war von dem Vater von Jenny. Sie sind wohl Halbgeschwister. Ich kenne mich da auch nicht so aus mit denen. Von wem jetzt welche stammt, sind aber zwei Schwestern. So, und deswegen ist Jenny sauer gewesen. Jenny hat ja auch nur Erfolg, weil sie Daniela hat, sonst wäre sie ja nichts. Das ist nun mal so. Daniela ist ja seit Jahren im Fernsehen und in der Medienlandschaft. Leider Gottes. Nein, aber es ist ja so, ne? Sie zieht sich ja irgendwie mehr nach oben. Ohne Daniela wärst du nicht im Dschungelcamp. Das muss man aussehen. Du wärst ja unbekannt. Ein Nobody. Ja. Das ist, das ist, und jetzt versucht sie halt, jetzt versucht sie halt, nein, Lucky, jetzt gibt's nichts vom Ei. Jetzt, der Lucky will vom Ei. Ich geb ihn gleich, ihm klitzekleine Stückchen ab. So, und, ähm, jetzt versucht sie halt die beiden, dass sie wieder sich vertragen. Wie sie das schaffen will, ich weiß es nicht. Ich, ich schau da nicht hinter. Aber vielleicht wird sie das irgendwie schaffen. Und jetzt komm ich nochmal ins Mikro und wünsch euch Moitit! Mahlzeit!